Mit dem Yoga-Flow zum perfekten Glow. Diese Übungen sollen uns zum Strahlen bringen. Stresshormone werden abgebaut. Durch Atemübungen können wir sogar im Alltag kurz eine Pause einlegen, ganz ohne Verrenkungen. Durch die Feueratmung. Das ist eine spezielle Atemtechnik. Das kann ich überall machen, wo ich gerade bin. Das fällt kaum auf. Und mit dem bin ich in drei Minuten wieder topfit. Ich atme quasi aktiv aus und nur passiv ein. Aktiv ausatmen heißt, ich nutze meine komplette Bauchmuskulatur, um meinen Bauch nach innen zu ziehen. Und passiv einatmen heißt, ich lasse einfach meinen Bauch nach vorne ploppen. Die Yogamatte wird dieses Mal in der Sandburg in Linz ausgerollt. Beim Event Strahlkraft der Cambio Beauty Akademie. Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Trotzdem helfen kleine Beauty-Tricks. Einerseits bringt ein Schimmer immer die Augen zum Leuchten. Also da wo ich keine Falten habe, verwende ich einen Schimmer. Zum Beispiel im inneren Augenwinkel oder unterhalb von der Augenbraue. Sogenannte Komplementärfarben helfen dunkle Augenringe zu kaschieren. Das ist ein bisschen was Orangiges, weil mir meistens blau-graue Augenschatten. Und mit was Orangem kann ich das ganz gut überdecken. Helle Farben heben hervor, also nur dort auftragen, wo wir auch wirklich strahlen wollen. Mit den Augenringen, da ist natürlich der Concealer der perfekte Helfer. Einen hellen Concealer im äußeren Augenwinkel ein bisschen hintupfen. Was hell ist, tritt hervor und wenn ich das auf die Augenschatten drauf tue, dann kommen die nur mehr Vierer. Dicke Make-up-Schichten, das war einmal. Mehr Natürlichkeit ist angesagt. Die Haut erneuert sich circa alle 28 Tage. Minerale, Spurenelemente, Vitamine, das sind Mikronährstoffe, das Werkzeug, aus dem unsere Zellen bestehen. Und die nehmen wir über die Nahrung auf. Wenn ich eine anspruchsvolle Lebensweise habe, vielleicht noch viel Sport dazu mache, dann brauche ich mehr von diesem Mikronährstoff. Und das geht es ihm im Essen nicht aus. Das macht keinen Sinn, dass ich mich vollfülle mit Kapseln und von den Kapseln dann satt bin. Aber es gibt ganz klug zusammengestellte, wissenschaftsbasierte Präparate, wo man sagt, da ist in einer Kapsel eine Basisversorgung drinnen. Gesundes Essen, viel trinken, das hilft immer. Ansonsten gibt es ja auch die Pricks der Expertinnen der Beauty Akademie und unser eigenes positives Mindset.